Sehr, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia-Bielefeld-Karrieremodus in FIFA 16. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode und heute geht es in der zweiten Bundesliga so richtig los. Und zwar gegen den FSV Frankfurt zu Hause in der Schuko Arena und danach gegen Peiner Ost im Eintrachtstadion. Wir werden auf jeden Fall zwei interessante Partien. Wir wollen natürlich im Idealfall aus diesen beiden Spielen sechs Punkte mit dem Aufwand erschaffen. Schauen wir einfach mal nach. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich darüber freuen. Wir haben hier noch Scoutsberichte bzw. Informationen zu Waldemar Anton und Marvin Friedrich. Marvin Friedrich lassen wir mal drauf, Waldemar Anton haben wir rausgestrichen. Und dann sind wir auch schon am Spieltag gegen die Frankfurter, nicht gegen die Eintracht. Gott sei Dank, die kommt erst später. Also nicht Eintracht Frankfurt, sondern eine andere Eintracht, über die ich jetzt nichts genaueres sagen möchte, zumindest momentan nicht. Wir werden unsere Aufstellung ein bisschen umstellen. Und zwar werden wir nicht mit Davari spielen, der ja von diesem mysteriösen Verein Nummer zwei in dieser Episode ursprünglich mal gekommen ist. Nein, wir werden auch nicht Melvin Lorenzen spielen lassen, aber wir werden auf die Sechs den Kollegen Christensen stellen. Unser Neuzugang vom FC Chelsea bzw. der Leihspieler von Borussia Mönchengladbach. Der kann nämlich auch Sechser spielen und das ist an sich ganz interessant. Dazu wird Soko Sundberg auch spielen, unser neuer Innenverteidiger aus Schweden. Und ja, Bart Finne wird in der Startelfl drinstehen, neben Klos vorne drin. Das wird also an sich ja eine relativ gute Ausstellung. Die Ersten spielt auch gleich von Anfang an, könnte auf jeden Fall spannend werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Erster Spieltag in Liga 2, die Schuko Arena erwartete den FSV Frankfurt zu Gast bei Arminia Bielefeld. Und die Aufsteiger von der Alm wollten natürlich direkt mal gut in die zweite Liga starten. Schöne Choreografie vor der Partie von den Fans. Die waren richtig heiß auf Liga 2, die waren richtig heiß auf die ersten drei Punkte, denn die sollten heute geholt werden. In Frankfurt allerdings machte sich keine Illusion. Man wusste, dass man Chancen haben würde gegen den Drittliga-Aufsteiger. Spielerdebüts auf der einen Seite. Bart Finne gewechselt vom 1. FC Köln für drei Millionen, beziehungsweise Laie und drei Millionen Kaufoptionen zu. Arminia Bielefeld und Soko Sundberg vom schwedischen Erstligisten HIK für 400.000 als Innenverteidiger zu den Arminen gewechselt. Ebenfalls in der Startelf Neuzugang. Tim Diersen ausgeliehen von Hannover 96. Auch da verfügt die Arminia über eine Kaufoption. Und Christensen vom FC Chelsea, auch der ist mittlerweile angekommen in Bielefeld und gilt als Neuzugang. Auf der einen Seite die Aufstellung, wie gerade angesprochen. Hesel im Tor, davor dann Dick, Sundberg, Börner und Schuppern in der Defensive. Christensen als alleiniger Sechser, links erfahrene Rechtshebenlein und vorne Diersen, Fabian Klos und Bart Finne. Melvin Lorenzen war nur auf der Bank, der ja von Bremen gekommen war. Der schnelle, wendige und auch explosive Stürmer zunächst einmal nicht mit von der Partie. Bei Frankfurt dann, ja, im Tor André Weiß, davor Huber, Guganik, Umari und Heinrich Schmidt, der ehemalige Führter. Davor dann Preperay und Konrad auf der Sechsperre. Dein natürlich, Entschuldigung, Mario Engels und Heissafi auf den Zehnerposition. Und in der Sturmspitze, ja, die beiden Offensivspieler vom FSV Frankfurt. Im Tor, ja, nicht Davari, nein, es war Hesel. Davari hat in der Vorbereitung ein paar Spiele bestritten. Heute stand allerdings der etatmäßige Stammkeeper im Kasten und der sollte in der Anfangsphase nicht viel zu tun bekommen. Die Arminia kam besser in die Partie hinein. Hier sehen wir Bart Finne, den Neuzugang, spielt den Ball auf Christopher Himlein und der versucht es einfach mal aus der Distanz. Allerdings noch nicht zu gefährlich. Der hätte definitiv besser kommen müssen auf das Tor von André Weiß. Es ging weiter mit der Arminia gespielte, gut nach vorne, wieder mal Himlein mit dem Versuch abgefälscht und am Tor vorbei. Auch da muss Weiß wieder nicht eingreifen. Umari wehrt diesen Ball zur Ecke ab und aus der passiert dann etwas. Und zwar reingebracht von Florian Dick, Standard- und Flankenspezialist. Allerdings, naja, ist Weiß diesmal zur Stelle und kann den Ball sicher aus der Luft pflücken. Von Frankfurt kam Offensiv nichts. Auf der anderen Seite der sehr aktive Himlein mal wieder. Setzt sich klasse durch auf der Außenbahn gegen Perdeder. Die Flanke in die Mitte ein bisschen zu schwach, aber aus dem Rückraum kommt da Christensen. Er obert sich den Ball und versucht es einfach mal. Der junge Däne mit dem Schuss und diesmal muss Weiß auch eingreifen und hält diesen Ball klasse. Erste richtig gute Chancen für Arminia Bielefeld. Weiter geht's. 30. Minute. Der Ball kommt nach einem kleinen Techtelmechtel wieder mal raus zu Christensen. Und dann nimmt er mittel links mit einem schwachen Fußvolley. Das Ding ist schön geflogen, aber hat zu wenig Speed und auch deswegen kein Problem für André Weiß. Dann versucht es mal Frankfurt nach vorne. Erste Chance nach knapp 40 Minuten. Das ist Schmidkei. Der spielt den Ball auf außen. Und da kommt die Flanke in die Mitte. Und am zweiten Pfosten steht Dani Schahi, natürlich, Entschuldigung. Der ehemalige Stürmer, der war sehr verformt 1-0-5, mittlerweile beim FC Frankfurt. Allerdings kann er den Ball definitiv reinmachen. Kann ihn nicht mehr drücken und Schuppan wird dementsprechend nicht dafür bestraft für seinen Stellungsspieler. Zweite Halbzeit, 55. Spielminute. Ball kommt in die Mitte. Kein Problem für Hesel. Das war die gefährlichste Aktion zu Beginn der zweiten Halbzeit. Frankfurt war nach vorne nach der Kopfballchance von Schahi nicht mehr sonderlich aktiv. Es ging auf der anderen Seite deutlich besser weiter mit Tim Diersen mal nach 68 Minuten. Allerdings gab es keine wirklichen Chancen mehr. Es gab nur noch Mittelfeldgeplänkel. Mal wieder Arminia vorne und zwar in der 75. Minute ungefähr. Joosoko Sundberg mit der Flanke kommt keiner so wirklich ran. Aber da ist ja natürlich wieder Christensen im Rückraum. Legt nochmal auf Bart Finn. Aber auch dieser Schuss abgeblott. Es kam einfach nicht mehr so wirklich was aufs Tor von André Weiß. Auf der anderen Seite genauso wenig. Eine Chance hatten wir aber noch. Der eingewechselte Dennis Mast setzt sich auf außen wunderbar durch. Macht das klasse Gegenüber. zieht in die Mitte und dann kommt die Flanke in die Mitte. Pass auf den eingewechselten Lorenzen und er scheitert am Pfosten. Das war die dickste Chance im Durchgang 2. Allerdings blieb es beim 0 zu 0 und dementsprechend auch der Schuss von Affanich hier abgeblockt. Es war die letzte Chance der Partie. Im Endeffekt ein glückliches Unentschieden für den FSV Frankfurt könnte man sagen. Aber eine Punkteteilung, die Arminia Bielefeld zum Start gar nicht mal so schlecht tut. Denn als Aufsteiger mit einem Punkt zu starten ist doch gar nicht mal so negativ. Nächste Partie dann deutlich schwerer gegen Peine Ost. Das wird nicht einfach für die Arminia, die ja quasi eine Fanfreundschaft haben mit Hannover 96. Dementsprechend den Rivalenteam des nächsten Gegners. Könnte also eine hitzige Partie werden. Auch unter anderem für Tim Diersen. Aber wie das Ganze laufen wird, werden wir auf jeden Fall nächste Woche sehen. FSV Frankfurt. Ja, für den hätte man sich definitiv einen besseren Start vorstellen können. Allerdings haben sie sich hier bewiesen, gerade in der Defensive, dass sie da stark stehen. Und es könnte schwer werden, gegen die Tore zu erzielen. Es geht 0 zu 0, das ist das erste Spiel, aber wir können mehr erwarten. Und zwar von beiden Teams in der laufenden Saison. So Freunde, ähm, ja, 0 zu 0. Was soll man sagen? Wir hätten die Chancen besser nutzen müssen. Hatten auch keine Hochkarätigen, abgesehen vom Schuss von Christensen und dem Ding ganz kurz vor Schluss in der 84. Minute. Also es muss was passieren. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch besser werden. Und wir können es gleich gegen den nächsten Gegner direkt mal besser machen. Ich bin gespannt, wie das werden wird. Wir haben keine Nachrichten in unserem Posteingang. Das ist natürlich an sich ein bisschen schade, dass wir keine Transferangebote bekommen. Allerdings wird sich das diese Episode auch noch ändern. Das kann ich euch versprechen. Wir werden noch ein bisschen was loswerden. Und das ist auch wichtig, weil wir haben als Arminia Bielefeld schlicht und ergreifend auch einfach kein Geld. Ich werde das Training übrigens rausschneiden. Ich werde euch nur die Ergebnisse zeigen. Äh, das werden wir aber natürlich trotzdem machen, wenn wir brauchen. Ein bisschen Upgrades. Ähm, hier machen wir Bart Finne. Lorenzen hat überraschenderweise nicht mal mehr Potenzial. Ist kein vielversprechender Spieler. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Das wäre schade, wenn nicht, weil ich mir eigentlich dachte, dass der ein bisschen Potenzial haben müsste. Diersen wird, wie gesagt, ebenfalls trainiert werden. Ich glaube, in der Defensive haben wir auch noch Sundberg. Ich glaube, Sundberg und Christensen können beide Training vertragen. Bin mir aber auch gerade gar nicht mal so sicher. Nee, Sundberg, nicht nur Christensen. Ich glaube, Sundberg trainieren wir auch gar nicht. Oder ich bin mir gar nicht sicher, wen wir da trainiert haben. Ist ja auch schon fast wieder zwölf Stunden her. Äh, Börner? Haben wir Börner trainiert? Ne, Hesel? Äh, doch, Hesel auf jeden Fall. Das weiß ich genau. Äh, das lief nicht so gut. Das kann ich jetzt schon mal vorhersagen. Und Afane, glaube ich, ne? War es Afane? Nee, es war Lorenzen. Okay, dann war es Lorenzen auch in Ordnung. Das sind auf jeden Fall unsere Spieler, die wir hier trainieren. Und wir sehen schon, bei allen A, bis auf bei Hesel. Aber Torhüter, das ist aber so ein bisschen dämlich, das Training. Von daher muss man auch nicht zu viel erwarten. Ist ja aber auch egal. Denn solange die Feldspieler sich gut machen, ist das ja alles in Ordnung. Wir gehen in Richtung der nächsten Partie. Und die ist Mitte August. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen Pause dazwischen. Davor noch mal ein Transferangebot. Und zwar von, ja, St. Pauli für Kuhn van der Biesen. Den wollen wir ganz gerne ein bisschen über Marktwert verkaufen. Er ist auch schon 30 Jahre alt. Dementsprechend wird das ein bisschen schwierig werden. Und wir werden ihn, glaube ich, letztendlich sogar unter Marktwert oder auf Marktwert abgeben. Das Angebot für Schütz sieht auch gar nicht so schlecht aus. Von Darmstadt 98. Hier, genau, erst mal sogar noch mehr als Marktwert. 425.000. Und wir wollen bei Schütz 775.000 haben. Und bei Kuhn van der Biesen nehmen wir 425.000 an. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal ein bisschen Profit gemacht. Beziehungsweise Profit. Ein bisschen Geld reingeholt. Beziehungsweise reingespült in die leeren Vereinskassen. Und bei Hoba machen wir das Ganze so, dass wir ihn ausleihen für zwei Jahre. Das wird wahrscheinlich sowieso nichts bringen, weil der 19. Und 58 hat. Aber trotzdem besser, als wenn er uns irgendwie Platz im Kader wegnimmt. Beziehungsweise bei uns auf der Bank verschimmelt. Ist es auf jeden Fall. Das Angebot von Darmstadt 650.000 für den guten Schütz. Wir wollen 700.000 haben. Also Marktwert. Und das werden sie im Nachhinein auch annehmen. Der andere Spieler wurde verkauft. Und wir gehen immer weiter dazu. Auf das Spiel gegen, ja, die anderen, die blau-gelben. Jopek haben wir auch verliehen. Der ist ja auf unserer Sechs jetzt nicht mehr so wirklich gesetzt, weil wir jetzt gerade auch Christensen haben. Und der sich gerade im ersten Spiel auch sehr gut präsentiert und wahrscheinlich auf der Sechs bleiben wird. Wir stellen die Mannschaft an sich ein bisschen um. Packen Lorenzen in den Sturm und nehmen Fabian Klos raus. Das mag für den einen oder anderen komisch sein. Aber der ist halt nicht unangefochten bei mir. Und jetzt hat Lorenzen seine Chance. Arminia Bielefeld nach dem geglückten Heimauftakt mit 0 zu 0. Gegen den FC Frankfurt immerhin keine Niederlage. Heute zu Gast im Eintracht-Stadion gegen den zweiten Gegner. Und das Stadion war sehr, sehr gut gefüllt. Trotz des Montagabendspiels hatten viele Menschen ihren Weg in die Arena gefunden, um den quasi Auswärtsauftakt der Arminia in dieser Zweit-Bundesliga-Saison heute mitzuerleben. Auch viele Fans aus Bielefeld mitgereist die Distanz nach Peinehorst nicht allzu weit. Und bei denen stand im Fokus Franco Niel. Der argentinische Neuzugang hatte bereits im ersten Spiel zweimal genetzt, weil so richtig gut angekommen. In der zweiten Bundesliga und in Deutschland. Und dementsprechend wollte er seine Serie natürlich heute fortsetzen für die Blau-Gelb-Gekleideten. Auf der anderen Seite im Fokus so ein bisschen Melvin Lorenzen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal die Aufstellung von den Gastgebern. Im Tor Gikiewicz davor. A.J., Bafo, Dicker, Lee, Korea und Ken Reichel in der Fünferkette. Matuschik, Bolang, Omladic, Hochscheid und Franco Niel in der Offensive. Das heißt Fünferkette und Doppel-Sech. Sehr defensives System bei Peinehorst. Und auf der anderen Seite starten wir, würde ich mal sagen, direkt durch mit Melvin Lorenzen im Sturm. Zusammen mit Bart Finner die einzige Neuerung im Team von Trainer MGT. Heseldick, Sundberg, Börner, Schuppern, Christensen, Hemlein und Erfahne genauso wie Tim Diersen hatten ja bereits gegen Frankfurt in der Startausstellung der Aminen gestanden. Und die wollten natürlich gegen das favorisierte Gegnerteam heute am besten Fall trotzdem Punkt mitnehmen. Das ist nicht ganz so einfach. Das Eintrachtsstadion ist eine kleine Hochburg. Es ist Schwerpunkte zu entführen, aber auf jeden Fall nicht unmöglich. Mit viel Kampfgeist, hat der Trainer MGT gesagt, wäre das Ganze drin. Und gerade Tim Diersen gegen das rivalisierte Team seines Ex-Fahrens Hannover 96 natürlich besonders motiviert. Wie das Ganze für ihn ausgehen sollte, sehen wir im späteren Verlauf der Partie. Steffen Schwurbel leitete diese und pfiff dann auch schlussendlich tatsächlich das Spiel ein paar Minuten zu spät an. Wir gucken rein in die erste Aktion der Partie und die gab es auf Seiten der Blau-Gelb-Gekleideten. Das war ein bisschen überraschend, denn sie kamen normalerweise nicht gut rein in die Partie. Den ersten Spieltag hatten sie in Anfangsphase nicht gut ausgesehen. Denn hier gab es zumindest mal den ersten Schuss nach sechs Minuten von Adam Matuschik, der ehemalige Köln allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Es ging weiter auf der anderen Seite, zehnte Minute. Afane erobert sich den Ball, flankt mal in die Mitte und da steht Tim Diersen mit dem Kopfball, geht aber am Kasten der Blau-Gelben vorbei. Das war die erste gute Aktion. Man sieht, er schmeißt sich ran und er wollte unbedingt heute ein erfolgreiches Spiel zeigen. Hier hat es noch nicht geklappt, es ging weiter mit Afane. Und da sehen wir, er setzt sich klasse durch gegen Baffo, aus der Mitte rausgezogen. Und da ist Lorenz, das erste Spiel, erstes Tor, 14. Spielminute der Führungstreffer für die Armini aus Bielefeld. Das hatten die BTS-Fouler ganz, ganz schlecht verteidigt in dieser Situation. Klasse auf jeden Fall gemacht. Von Afane kann man nichts gegen sagen, aber hier darf man niemals so rausrücken. Und Lorenzen so viel Platz lassen. Gierkewitz sieht dann auch nicht so gut aus. Den kann er auf jeden Fall halten. An sich der Kopfball nicht so präzise, aber wohl zu wuchtig, um den noch von der Linie wegzuhalten. Amina Bielefeld also in Führung. Die Blau-Gelben versuchten direkt zurückzukommen. Das sah auch richtig gut aus. Matuschik mit dem Ball auf Miel und der legt nochmal quer auf Omaric. Und er trifft die Latte und im Endeffekt dann geklärt aus der Defensive der Amina. Und direkt den Konter eingeleitet hat über Tim Diersen. Der setzt sich da im Mittelfeld erstmal durch und wird dann von den Beinen geholt von Deca Lee. Und das sieht alles andere als gut aus beim gebürtigen Hannoveraner. Die Szene geht erstmal noch weiter. Melvin Lorenzen nochmal auf Erfahne, den Vorbereiter des 1 zu 0. Wieder gut gegen Bafo. Diesmal kommt die Flanke aber nicht an. Und der Konter läuft dann schlussendlich über Franco Niel. Und dann entscheidet sich Steffen Schwurbel doch tatsächlich nochmal nach dem erneuten Ballbesitz von Amina Bielefeld die Aktion abzufeifen. Wir sehen es hier. Er verletzt sich. Tim Diersen fällt nach Einvernehmen drei Monate aus mit einer schwereren Verletzung. Für ihn kam David Ulm in die Partie. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung für den ehemaligen Hannoveraner, der sich ausgerendet gegen ihre Rivalenteam hier quasi verletzt hat. Aber von diesem Jahr Bielefeld nicht wirklich aus der Fassung bringen. Die macht ihn genauso weiter, wie sie aufgehört hatten. Hemler mit der Flanke. Und da steht Lorenzen 2 zu 0. 35. Spielminute. Die Zweitoreführung. Und der Doppelpack im ersten Zweitligaspiel für den gebürtigen Londoner, der ja aus Bremen ausgeliehen ist. Und sich richtig gut eingefunden hat in die Mannschaft. Klasse Flanke von Hemler aus dem Halbfeld. Und dann spritzt er da im letzten Moment noch rein. Keine Chance immer für Gikiewicz. Und es steht 2 zu 0. Und das auswärts gegen die favorierten BTS-Vler. Das musst du erstmal so machen. Die kam aber direkt zurück. Schlechte Aktion hier von Christensen an der Eckfahne. Da holt sich Omaric den Ball und geht in die Mitte. Spielt den Ball nochmal zurück. Und der Schuss abgefälscht. Niel ist da. Er steht 1 zu 2. 38. Spielminute. Der Anschlusstreffer für den BTS-V. Da kann Hesel im Kasten absolut gar nichts machen. Das war so ein kleines Ping-Pong-Tor. Aber Niel trifft zum dritten Mal in der Zweitligasaison. Im zweiten Spiel ist das eine ordentliche Quote. Da konnte die Aminia Bielefeld-Verteidigung auf jeden Fall das Ganze besser machen. Tat es aber nicht hier. Der abgefälschte Schutz kommt genau zu Niel. Und dann passt niemand so wirklich auf den auf. Und es steht plötzlich 2 zu 1 nur noch für die Aminia. Die machte aber in der zweiten Halbzeit dann weiter. Wir springen auch in diese zweite Halbzeit rein. Wieder ein Kopfball von Lorenzen nach der Flanke. Der war gerade nach diesen Aktionen äußerst gefährlich. Allerdings hier nicht erfolgreich. Es ging dann trotzdem weiter. Ulm mit dem Ball auf Finne. Der sich klasse durchsetzt gegen Korea. Und da ist dann nur noch Bafo als Gegenspieler. Bafo gegen Bart Finne. Und im Endeffekt gewinnt der BTS-Vler. Und wird den Ball immerhin zur Ecke haben nach 60 Minuten. Die könnte aber gefährlich werden. Denn wir wissen, Lorenzen ist nach Flanken stark. Dick ist Standardspezialist. Bringt den Ball rein. Giekewitz fliegt vorbei. Und da ist Christensen. 3 zu 1. 63. Die Spielminute. Die erneute Zweitoreführung für die Aminia aus Bielefeld. Und der Däne in seinem zweiten Spiel als Sechser aufgeboten. Mit seinem ersten Tor. War da wohl selber überrascht, dass Giekewitz an diesem Ball nicht rankommt. Ganz schlechte Stellungsspiel des gegnerischen Keepers. Und der Ball dann mit der Brust ins Tor weitergeleitet. Niemand kommt mehr ran. Und die Aminia führte mit 3 zu 1. Der BTS-Vler jetzt komplett verunsichert. Die kamen absolut nicht mehr nach vorne. Nur noch Bielefeld in der Offensive. Die wollten direkt mehr. Christensen auf Melvin Lorenzen, der sich wunderbar durchsetzt. Und im Endeffekt im letzten Moment noch von Giekewitz am 3 zu... Am dritten Tor hat Julian Hedrick gehindert wird. Das war seine zweite Aktion in der zweiten Halbzeit, die richtig gefährlich war. Afana hat dann die nächste Chance. Auch richtig gefährlich hier. Nach knapp 81 gespielten Minuten verzieht er knapp am Tor vorbei. Der Franzose. Trotzdem war es das von der Partie. Ja, die Eintracht mit einem ganz schlechten Start in die Saison. Zumindest was die Heimbilanz angeht, sieht das gar nicht gut aus. 0 zu... Na, 0 Punkte. Und 1 zu 3. Gegen den Aufsteiger. Das hatte man sich definitiv anders erwartet. Aminia mit einer klasse Partie. Der, ähm, ja, quasi gebürtige Londoner und Neuzugang. Melvin Lorenzen in seiner ersten Partie. Hat gleich mal Fabian Kloß vergessen machen, äh, vergessen lassen. Und ich würde sagen, das sieht sehr, sehr gut aus für die Aminia in den nächsten Spielen. Wenn dieses dynamische Sturm-Duo Finne und Lorenzen so weitermacht, die Flügelspieler heben dann und, äh, natürlich auch erfahren und so gut funktionieren, dann kann das richtig erfolgreich werden. Und die Mission Nicht-Abstieg, das Projekt Nicht-Abstieg, kann auf jeden Fall in Angriff genommen werden. 3 zu 1 auswärts sie für der Aminia Bielefeld in Peiner Ost. So, Freunde, das war ein sehr erfolgreiches Spiel. Freut mich natürlich persönlich so ein bisschen, äh, dass wir ausgerechnet gegen diesen Gegner unsere ersten 3 Punkte eingefahren haben. Hihihi. Ich hoffe, ähm, die, ja, BTS-V-Leute, nehmt es mir nicht so persönlich, dass ich diesen Ortsnamen, beziehungsweise Stadtnamen nicht unbedingt sagen möchte. Das ist in dieser Episode so ein bisschen der Running Gag gewesen. Ich denke mal, ihr habt's gemerkt. Ist natürlich aber nicht böse gemeint. Ich akzeptiere jeden Fußballfan, auch wenn er Fan vom falschen Verein ist. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn euch der Heimsieg, äh, der Auswärtssieg und die 3 Punkte gefallen haben, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da wir sehen, Tim Diersenfeld ausgerechnet gegen den BTS-V verletzt worden für 3 Monate aus. Das ist nicht schön, aber so hat David Ulm die Chance, sich zu präsentieren, beziehungsweise natürlich auch Müller. Müssen wir mal schauen, wie er in den nächsten Partien aufbieten werden. Genauso sieht das Ganze im Sturm aus. Finn und Lorenzen, das Duo der Zukunft, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, Daumen nach oben, Links in der Videobeschreibung für weitere Unterstützung. Bis dann, haut rein und ciao.